nein sie ist wirklich okay ja der kostet halt auch nur keine ahnung weiß ich noch nicht mal also die haben noch nicht mal einen preis rausgegeben deswegen keine ahnung wie viel kostet wie ist das von der lautstärke her leise laut ich glaube bei world's endclub wenn es ein bisschen leiser ist ist gar nicht so schlecht oder dafür dafür gehe ich auch so ein ticken hier nach da und dann könnt ihr euch erahnen was da steht wenn da was steht sagt nur preis stimme ist das jetzt wirklich ich glaube ich habe es nicht so oder okay dann komme ich mir es war dein fuß ja dann ziehen halt weg wo ist es denn wenn die robots attack i was in the front car too and then everyone got captured and put on the helicopter she's saying she also got on the helicopter with them so she knows where it is this kind of feels like when we got in the accident on the bus going to come ok yeah but that time we ended up in kagoshima so the robot army that attacked us this time yeah they were the same ones that took everyone away in the helicopter selo kitty rückenkisten und 60 6000 für den stuhl so that means it's mike that's attacking us this time to okay i think i get it now anyway let's get to the factory quick hang on everyone we promise we'll save you go getters club hey hey oh kann man pie muten und das war jetzt die story krass oh gott haha jump and run action naja wenigstens kann pie da nicht reden ne wo ist eigentlich tokio und kann sein auch gleich bitte den können wir leiser regeln aber also pie muss komplett gemütet sein ob es den migräne mode gibt zum pie muten ja wäre schön yuki aber dann auch sehr leise bitte ähm nur ne frage gibt es automatisch weiter ich kann es ja notfalls ausschauen also das hat einfach geskippt ich habe nichts gedrückt höre okay wir lassen das vielleicht wir lassen das vielleicht wir lesen mal kurz nach als ich hier war wurden sie alle an einem anderen ort festgehalten einer der roboter sagte bringt sie alle ins gebäude hey pie was sagt vanilla ach so irgendwo in diesem gebäude ja aber es scheint als gäbe es viele eingänge dann müssen wir uns aufteilen und sie alle ausprobieren das geht schneller so oh hä das ist ja cool das ist echt voll praktisch das hätte ich mir bei sehr vielen spielen auch gewünscht wo sind die alle hin meine freunde sind weggelaufen die mögen mich alle nicht mehr wo sind die zeig freunde rotzahn oh die lächeln guck mal wie süß die sind aber die lächeln die sind freundlich hä ich muss nicht mal spielen okay ich stelle mich auf was haben sie gesagt ich habe einfach das spiel gerade mal um die hälfte leiser gemacht putti was kannst du eigentlich oh ich sehe vanilla brought you guys here so does that mean kansai and the others are here too also mo chan ist nicht mehr langer eingesperrt so viel essen wie der braucht go go electric rain gleich da wo es so strahlt ja bitte lurker bitte kann ich da einfach drauf werfen kann ich nicht okay naja warte muss ich den ablegen bevor ich irgendwas machen kann ach das war ein hebel ach so tschuldigung das habe ich nicht erkannt ich habe nicht gesehen dass es so ein schalter hebel war sorry ich kann mit steinen da also mit steinen der hand nicht durch eine tür laufen ist tut mir leid ich bin leider nicht so gut da drin sie sind alle irgendwo hier drin es scheint mehrere stockwerke zu geben ich frage mich wie wir von hier oben und hier oben war es jetzt haben wir ein großes kabel ich glaube ich warte noch kurz mit essen ich glaube ich muss jetzt eher spielen ja war klar tschüss bocci wie sind die jetzt hochgekommen tatsun ist die passende dose also tatsun du wirst eigentlich nie gebraucht nahrungsgefahren denn es ist aber erst mal wenn wir ein storypart haben ich weiß ja nicht wann ich einspringen muss So zum Beispiel jetzt. Er hat es hier einfach umgedreht. Ein Wangenrufler. Ja! Ja, aber ich muss dem doch hinterher, oder? Was anderes macht ja jetzt eher nicht so Sinn. Okay, ich muss dem nicht... Ich habe nicht aufgepasst. Was soll ich machen? Die Situation sind aber nicht die Gummihandschule. Also, es ist nicht so, dass ich gerade darüber nachgedacht habe, dass ich gerne die Mozartkugel essen würde. Umgehen, okay. Ich habe echt... Also... Aua. Ähm, kannst du mal kurz? Ich glaube, ich brauche nämlich diese Kiste. Ich glaube, ich brauche die da unten. Hey, ja, du kannst wieder aufhören. Nein! Hör! Mach mal! Hey, hallo, hörst du jetzt auf damit? Jetzt hör auf! Alter, was machst du denn da so lang? Abwerfen... Ich habe nichts zum Werfen, leider. Ich habe gleich was zum Werfen. Nichts kann der... Er hat ihn. Was ist schlimm mit dem? Er hat einen Eifergeifer. Er sieht falsch aus. Er sieht absolut falsch aus. Er sieht absolut, absolut falsch aus. Ist denn braune Miso-Paste gehöhlt? Wird hitzig und bläht sich auf, wenn er eifersüchtig ist. Verteidigt Mädchen, die er mag, mit allen Mitteln. Okay. Nett. Sticker, ja, Sticker. Nein. Da, nimm, 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 nimm. So, was hast du jetzt aufgemacht? Okay, aha. Klar. Jetzt hör doch mal auf damit, Junge. Okay, kannst du bitte aufhören? Danke. Nervig, so, ne? Hier ist noch einer. Aber wofür brauche ich das? Der große Roboter ist da drüben auf dieser Seite. Ja, ja, aber kann ich jetzt werfen vielleicht? Oh. Was ist denn mit dem? Der soll aufhören? Okay. Kann ich den abwerfen oder soll ich einfach nur durch? Okay, ich kann ihn nicht abwerfen. Lassen wir das. Aber den Stein nehme ich trotzdem mit. Ah! 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 Ich kann ihn doch abwerfen. Aber nicht so. Er wurde gerade gelockt. Das heißt, ich kann ihn. Danke. Danke fürs Buchstabieren üben. Das ist wichtig. Äh! Wieso hat er sich das jetzt nicht angelockt? Was haben wir jetzt hier können wir? Ja. Am Freitag wird dann bis G abgefragt. Ja? Hallo jetzt. Hallo jetzt. Ja, Biri. Erst bis elf. Ja, du hast ja bis Freitag noch Zeit. Irgendwie willst du nicht. Ach, oh Gott. Ich weiß, was ich mache. Oh mein Gott, warte. Ich bin dumm. Entschuldigung. Ich weiß, was ich machen soll. Oh mein Gott. Sorry. Sorry. Ich weiß, was ich will. Es war wirklich... Es war irgendwie... Also... Naja, ich... Also... Ich bin voll bei der Sache heute, okay? Keine Sorge. Ich bin also hoch konzentriert. In Ordnung. Wir haben den großen Roboter erfolgreich gefangen. Ja, aber das auch davor halt schon. Dank mir. Nee, dank mir. Ich mache hier Micromanagement. Ja, wofür den Stein? Weiß ich auch nicht. Keiner. Hi. Hi. Oh, okay. Thanks so much. I don't know how to thank you. You guys are my eviscerators. Was? Was? Ihr seid mein Emanzipat. Bitte was? Uh, I think you mean... Emancipators. Anyway, we have to report to the others. Ich glaube, der hat nur Essen im Kopf. Wait. What? You were able to rescue everyone? Können wir Pi bitte das Walkie-Talkie wegnehmen? Yeah. We're all here. Is everyone safe? Können wir allen das Walkie-Talkie wegnehmen? Yes. Thank you. Oh, man. I'm so glad you're safe, Yuki. Why only Yuki? Alarm. Emergency alert. Emergency alert. Escape detected. Closing off outside access gates. Wir sollten gehen. This isn't good. Are we trapped? Don't worry. I'm on the rooftop. If you guys can come up here, we can all escape. Wenn du denkst, es geht nicht mehr. Schlimmer gibt irgendeine Dose-Pile-Walkie-Talkie-Nan. Von der Rooftop? Wie? Das ist ein Polier mitgebracht, ja. Don't worry. Just hurry. Das ist wichtig. Ich muss mal ganz kurz Nasen nebenbei putzen. So, du willst uns zum Rooft, oder? Right. Right. We'll be waiting. Rooftop. Huh. How do we get there? I think there's an elevator over there. I saw it when we were brought here, too. Yeah. Let's check it out. Danke, danke. Right here. Yeah. That elevator should go to the rooftop. Then let's go. Wait a minute, everyone. Is... Is that... Vanilla? What? What's the... Dum-dum-dum. Is that what you've been seeing this whole time? Es tut... Oh, es ist wirklich schlecht. Aber lebt sie jetzt noch? Ich meine, die hat ein Atemgerät und da kommen Blubberblasen. Die muss leben, oder? I don't think so. The vanilla on the screen is breathing. Mm-hmm. So does that mean she's alive? Mm-hmm. That's impossible. Was so Eis. I mean vanilla, she... Hey! Hello! Do you read me? Chat, ich will nicht mehr zur Sekte. Glaubt ihr, DHL liefert Vanilla? Bis nach Euter? Wir warten da einen Euter auf, Vanilla. What the... It's... The leader of the Ehimee-Cult. The long-haired creep! The long-haired creep! Hm? What was that? Seems like my transceiver is acting up. So I can't hear you well. And with all this static on my monitor, I can't see a thing. Mit wie vielen Stellen wirst du sie dann wieder... Naja, die hat ja da ganz gut da, also da so ein Stahlzeug drum. So, how have things been going? Echt gut. I've heard a thing from you after hearing that those brands escaped the factory. I got concerned, so I decided to check in. What does this mean? I don't know. I have no idea. In that case, let's ask. Ja, lass uns den bösen Sektenmann einfach fragen. What? Ask? Just leave it to me. This is the Nagoya factory security room. Huh? Who are you? That factory should only be banned by Roku. Error detected. Vocalization system. Do not worry. All escapees recovered. There is no problem. Oh. Well, that's good then. Sein Ernst? The Great Mike became concerned that we'd lost contact. Mike's system? Erhalt'n Supercomputer auf dem Monitor gesehen. The Mike AI. The Great Mike's main body. Why is she so loud? Is it stored there? Why is she so loud? Why is she so loud? Weil, dass sie nicht sehen kann. Ach so. Ist zu dunkel? Is she alive? Why is she so loud? She was apparently in a coma for a long time following her accident. But why are you asking all of this? Because I am interested. Erhalt'n Vanilla auf dem Bildschirm. Ich erhalte so viel. Nö, nö. Die spielt nur. Then, the Vanilla that Rachel and I have been seeing is... We'll think about it later. Anyway, Yuki, ask them where that is. Where are they transmitting from? G-Got it! Let me ask one more thing. Your location. Where is it? You're asking where I am? Yes, correct. Uh, this place is, uh... Zeig, Sendungsnummer. Richtig. Rooftop. Intruder detected. High probability working with escape needs. Initiating final defense system. Eliminating intruders. Also, final defense system klingt nicht so positiv, oder? Hey! What's going on? You've just said you've caught all of the escapees! He's onto us! No choice then. Das war jetzt auch nicht so schwer. The real shocker is that it took him that long to figure it out. Katrin hat einmal recht gehabt. So we still don't know where that was. There's plenty of other weird things going on too. But we don't have time for that now. We're... Going to the rooftop, right? The PA we just heard? It said final defense system. Is it really safe? Das klingt ultimativ positiv. Ja. Even if it isn't. We can't just stay here. Es ist fast so, als ob wir der ultimative Glückspilz wären, oder? Let's hurry! Everybody, onto the elevator! Final defense system. Noch besser, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wow, you guys are okay! Wow, that's like so awesome! Revenita, du lebst übrigens noch. Sonioro, what's your escape plan? That. That mit genau übersetzen, okay? We're going to escape using that helicopter? Der sieht robust aus. Und dafür... I figured Pochi can pilot it. Leave it to me. I've spent plenty of hours piloting them on Flight Simulators. Chat, chat, meine Frage. Würdet ihr mich beim Flight Simulator sehen? Are... Are you sure it's okay? Sie können Züge steuern und Helikopter fliegen. Ja, er ist halt Gamer. Er kann alles. No worries. Pochi drove that train like a boss! Nur nicht lang. Hä? Also ganz ehrlich? Runterkommen ist auch eine Landung. Einmal abschützt mich schon gerne. Bitte was, Shanks? Ich kann gut fliegen, okay? War das nicht im Game Pass drin? War das im Game Pass drin? Ich muss mal gucken, ob das bei mir läuft. Ich muss echt mal gucken, ob das läuft. Ich hab irgendwie Bock auf sowas. All right, everyone. Let's go! Ja, ich hab ne Fluglizenz. Die ist gleich. Neben meiner Militär, äh, Lizenz. Die Versicherung anders. Jetzt bin ich versichert. Warum sollte ich versichert sein? Ihr zahlt. What the? Jetzt wisst ihr, wo die ganzen Sub-Gifts hingehen. Ein Earthquake? Nein, das Schöpfung war... Das Schöpfung war... Was ist das? Der letzte System System. Ora, in reserve... Das Eiwein Klein kann der Helikopter sehen. Die kannst du von mir haben, wir nehmen jeden Na dann awesome Rachel Rachel Ich werde meine Macht benutzen, um einen giganten Bomb-Robot zu kreieren So kannst du mir ein bisschen Zeit kaufen, bis ich es mache Nö Bewege dich einfach umher, damit du nicht getroffen wirst Hey, ich stand daneben Hallo, Win, danke schön, danke schön Get to the chopper Ich brauche echt einen Controller für die Switch Ganz ehrlich Ja, ja Ich kann mich noch nicht bewegen Oh Gott Ich wollte euch doch gerade zeigen, wie kacke die Steuerung ist Hast du schon versucht, dich umherzumachen? Nee, hab ich noch nicht Aber, okay Ja, bewege dich einfach, ja, jetzt halt die Klappe Ach, jetzt kann ich mich schon Ja, guck dir das mal an Das ist voll verzögert Ich bleibe hier einfach stehen Hä, ach Ach, das wäre einfach nur Dampf Also einfach nur Staub, der hochgeht Und Controller in die Hand drückt Hey Ich kann mich nicht bewegen Also ich drücke den Ich konnte mich nicht bewegen Ich konnte nur springen Ich glaube, ich darf nicht springen Ich glaube, ich muss warten, bis sie ausgeredet hat Hey Ich glaube, sobald ich springe Macht er was Ich glaube, sobald ich mich Ja, und ich habe andere Probleme. Ja. Wozu hat er den zweiten Arm? Keine Ahnung. Oh Gott, ernsthaft? Phasenkampf? Die Batterie muss voll gechargert werden, oder das Motor wird stoppen. Nichts Worte, wir werden etwas herausfinden. Also, du fokussierst auf deiner Behandlung, Rachael. Klar, ich bin höchst konzentriert. Oh, das Ding ist... Next, es ist mein Turn. Nichts Worte, ich lasse es nicht, ich lasse es diesen Weg kommen. Hey Hu! Hey Huabe! Hey Hu! Get to the chopper! Hä? Ich war voll weit weg! Hey! Ich kann doch nicht laufen, ich kann nicht lau- Ich kann nicht lau- Das hat man jetzt gesehen, dass ich den Kack-Cursor gedrückt habe, ja? Man hat es gerade gesehen, oder? Hey! Jetzt kann ich jetzt schon laufen! I don't get it! Ich versteh's nicht! Ich weiß auch nicht, was das soll! Ich weiß auch nicht, was das soll! Let me handle it! Jetzt ist ein guter Zeitpunkt... Nein! Nein! Ich schaff das! Ich bin stark, unabhängig und ich kann alles! Ich schaffe alles! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich kann alles nochmal von vorne machen! Ich hab Angst vor der zweiten Hand! Ich hab wirklich Angst vor der zweiten Hand! Weichöl! Pfff! Pfff! Rachel! Talk soon! Be careful! Ja, ja! Wir werden das nochmal sterben! Die zweiten Hande sind immer die gefährlich! Oh nein, ich muss das Ding da drunter locken! Oh ney! Ach, jetzt kommen da Steine raus! Ja klar! Nein, ich bin... Oh, Gott sei Dank. Oh, okay, alles gut. Alles gut. Jetzt ist alles gut. Nein! What? No. Hä? Hey! Nein, nicht da! Wieso sterbe ich da? Ich war nicht da unter dem Ding. Hallo, Tobi. Nur mal, nur mal. Ich war nicht unter dem Ding. Ich war nicht unter dem Ding. Dann ging ich da. Ich war nicht. Ich war nicht. Es war nicht. Oh, er hat einen zweiten Arm. 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 Weißt du, wie schwer du bist, schon ohne Eisen zu sein? Oh, er hat einen zweiten Arm. Hey! I did it! Ja? Das schaffen wir. Hypecreep Lunali 1 N O M. Dankeschön. Oh, vielen Dank für 1631 Bits. Dankeschön. Oh. Vielen, vielen Dank! Au! Vielen, vielen Dank. Oh, Batsch! Dankeschön! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Dankeschön! Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Tobi. Dankeschön. Das ist lieb. Kill Chat. Kill Chat, oder was? Dankeschön, Orson. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Jetzt ist nur die Frage, was müssen wir... Haben wir eine Bossfight geschafft? Oh, das ist, was sie gesagt hat. So imposierend. Das ist, was sie gesagt hat. Jetzt geh, du großartig, fett F-Bomb! F-Bomb. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das F-Bomb nicht F-Bomb ist. Die Scheiße, die ganze Kommandantin... Ja, das stimmt, das stimmt. Danke, Tobi. Arigato. Komm, schlag drauf. Ich glaube, wir haben den Bossfight fertig. Ja! Das ist, was ich gesagt habe. Wartet. 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 Welche Richtung muss ich machen? Okay. Entschuldigung. Von Clap Trap. Hä? Also ich finde, ich finde den süßer als Clap Trap. Der hat wenigstens drei Emotionen da. Leute, innerhalb der letzten 60 Sekunden das erste Mal im Chat geschrieben im Band. Das wäre wohl sent fit. Das hast du nicht weiß nicht. Hallo, Blu-Screen. Chat, wir haben es geschafft. No time to pat ourselves on the backs! Yeah! We need to get on the helicopter and ditch this place! Yes! Let's go! Let's go, Mario! Ciao. Tschüss! killing Untertitelung des ZDF, 2020